Ein herzliches Glück auf an alle Freunde unseres Fußballclubs. Wir haben heute was zu verkünden, ehe wir noch mal zu den Weihnachtsgrüßen kommen. Ich übergebe mal das Mikrofon an unseren Kapitän Martin Mennel. Vielen Dank auch von mir. Ein herzliches Glück auf an alle Auerfans. Ich freue mich, dass ich jetzt hier mit dem Präsidenten stehen darf. Es ist so, dass wir uns dazu entschlossen haben, den zehn Jahren, die ich hier schon im Verein bin, noch mal mindestens vier weitere folgen zu lassen. Wir haben unsere Zusammenarbeit bis 2022 verlängert, unabhängig davon, ob zweite oder dritte Liga. Und ich bin sehr stolz darauf, auch weiterhin Teil der Fallchenfamilie sein zu dürfen. Ja, lieber Fans, ich gehe natürlich von der zweiten Liga aus, aber wir haben natürlich die weitere Verpflichtung so gesehen, dass es eine strategische Partnerschaft ist. Über Martin muss ich nichts sagen. Martin hat mittlerweile seinen festen Platz im Verein. Er ist ein Vorbild in der Mannschaft, im Verein, also auch im zivilen Bereich, das heißt in der Öffentlichkeit. Er ist mit Aue abgestiegen, hat die Treue gehalten. Wir sind dann gleich wieder aufgestiegen. Er ist eigentlich der Buffon des Erzgebirges, so würde ich das mal definieren. Und ich bin sehr glücklich, dass wir so eine strategische Partnerschaft vereinbaren konnten. In diesem Sinne wünsche ich euch, Ihnen eine gesegnete Weihnacht nochmals, auch im Namen von Martin, im Namen der Vereinsführung. Und bleibt gesund, wir sehen uns im neuen Jahr. Ein herzliches Glück auf, auf Wiedersehen. Glück auf.